es sind immer noch 50 die alle mitkommen das kann nicht wahr sein oder okay ein team geht dann aber es ging vier teams ja weil die alles wie mädchen spielen wollen jetzt digga es kann nicht wahr sein das schiff okay dann gehen wir hin zu den fischfarmen aufgeschissen und mir gelandet haben wir vorbeigeflogen der ist auch gelandet die ganze boxen ich habe mal bei mir ich hab dich hab dich hab dich ganz ruhig bleiben jetzt keine panik was soll ich bin rechtzeitig noch hier vor und ich gehe zu pascal ja die sind da oben auf dem schiff wollen wir die pushen gehen und dass sie gemeinsam pushen ja wir müssen einfach was machen ist der heavy monier in der kiste bitte auch da jetzt links von uns noch einer ich habe es hier noch hinter dem tresen irgendwo ja jetzt von hier gerade hier kann der mit reingeflogen gerade irgendwo aus dieser richtung wo wir jetzt sind ja ich puste er hat sich hier vor mir gehalten jetzt im haus denke ich ich kann man das von jahr der somit er ist ja auch mit der gliederschild ich komme von hinten ich bleibe sofort wieder das war ihnen rein dass er innen rein 47 auf einem weißes schild einer noch einer noch noch der beliebt wieder an der tür wieder ganz ruhig kann es wieder überleben ich habe wir nehmen immer erst mal in das noch noch ein team glaube ich oder es sind mir auch stinger ich weiß nicht schön sehr gut einfach ruhe bewahren ab in 19 zu gemacht aus gründen als mp gerade explodiert war nicht meinst du links an den eiern lang oder gesagt schön an den eiern lang und dann schön hier ich brauche ich brauche ganz wenig ob das gucken vielleicht ist ihr das fuse team aufpassen ich bin weg fall zurück ich bin das ist mein schild auf ich gucke nach längst hier ich bin wieder nach oben aufpassen das ist ein solo ich muss mir die kipp ziehen das ist der letzte von der team ich habe mit der kollege ja 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 das eben er muss sterben dann hast du irgendetwas auf die kreide auf mich schon ja tschüss bin ich raus die schilder wenn wir jetzt habe ihn ich muss betzen hast du oben noch die bergung ja wir müssen glaube ich unten und das irgendwo eine gute posi holen ok dann das zurück und das werk und ich halte mich gerade ich halte mich ja wir haben erst die zone kommt die zone wir müssen wir die oben auch älten ja das ist nur einer dass einer wir müssen ja dann das dem was den elpen ja ich lande hinten er ist ja ich bin gelandet ich gehe nach unten der 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 ist der ist recht gelaufen mit der rift dass du rift sei von mir sei von mir ja ich bin sofort 75 gebrochen alles gut alles gut alles gut alles gut mach doch mach doch wir haben zeit habt ihr nicht die werden geholfen nein ist lobermark close outwards brave 184 tot tot zurück und das haus zurück und das haus 45 ich muss ne bett ziehen die können zwei sekunden die red oben ja ich habe fast keine leidung mehr warte ich kann dir doch ganz viel ist ganz viel was ich habe nach ich habe nur 170 jetzt die sind im haus die sind im haus ich bin unten raus ich kann nichts aus lobermacht holen das sind links ich habe nichts was vielleicht der links in einem gekehrt slow 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 das durchspielen da oben am stein ich werde die wir können links ich kann noch die rotieren links da oben ja die sind da links da oben sind noch zwei über uns das wie ein problem ist wir können hier links von den versorgen die anderen werden uns wir werden uns wir müssen die boxe glaube ich spielen auf dem dach schwierig ich fühle sich einer ich bin von rechts ich habe in die runter drauf ich bin auch nicht mehr schämen einer getroffen einer noch ich bete eine flash oben oben die Alter, holy fucking shit. Ihr seid geil. Leck mich am Arsch, ja. Da gibt's ja erstmal ein Bronzer-Banner drauf. Da verbeuge ich mich erstmal von mir selber. Alter, haben wir die hops genommen. Digga. Leck mich am Arsch. Digga, R99, mein Freund, ist es einfach. Digga, was glaubst du nicht? Guck mal, die KP's, wie's da gerappelt hat. Naja, das wird eine gute Runde gewesen sein. Minimum 300 Punkte, glaub ich. Ja, 341 hab ich. Ja, ja, 350. Nice. Ja, ich hab 366. Get the last kill of the game, das ist es.